hallöchen meine bulligen freunde herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play slither.io und mehr gibt es nach dem intro wie ihr schon mitbekommen habt spielen wir slither.io ja und ich wollte euch halt einmal fragen ob ihr mein freund dennis teilen einen gefallen tun können und zwar hat er bald seine 100 abonnenten geknackt und ob ihn abonnieren können es wäre richtig nice für also von euch wenn ihr abonnieren könnt er ist so ein youtuber der lifestyle videos macht in full hd jetzt auch und seine videos sind so gut finde ich er ist in der video beschreibung verlinkt und ich werde seinen namen auch hier jetzt einblenden falls ihr nicht weißt wie ihn schreibt falls ihr nicht in die video beschreibung schauen wollt oder nicht wisst was eine video beschreibung ist davon gibt es ja auch ein paar die das nicht wissen und da rennt mir rein und den essen wir mal und den essen wir mal und wir sind jetzt auch schon fast tausend punkte groß wenn es wenn wir tausend punkte groß sind der schnappt sich jetzt meinen dreck das sehe ich nicht an und deswegen soll es alle jetzt verraten gehen und ein kleiner t wenn man links klick drückt kann man zu schnell werden rechts klick drückt kann man schnell werden und auch was ich meistens macht tatsatur also mit der tatsatur so ein klick machen wie sie jetzt einfach zwei leute instantly gekillt und sie konnten nichts geht dagegen machen und da ist noch einer tod was soll das jeder stirbt hier direkt wegen mir wenn der mich jetzt kriegen will es kann doch nicht sein ernst dann lass mich doch in ruhe leben immer die leute die er nicht leben lassen wollen irgendwie hat es gerade so irre gelegt naja kann ich ja auch nichts dafür halte war das gerade riski war das gerade riski friski ok halte easy alter wie wir gerade so groß sind bitte nicht verräten jetzt bitte nicht und ja wir heißen wieder standardmäßig miningbull.de naja wer mag den namen nicht nee Spaß es gibt viele die den namen wahrscheinlich nicht mögen und das verstehe ich auch weil es mir eigentlich egal ist was ihr findet von den namen also wenn ich ihn gut finde dann finde ich es gut und das finde ich bedeutet ich mag den namen easy und er rennt mir rein ich dachte schon ich sterbe daran ich dachte schon ich verreckt dran alter wäre ich jetzt dran verreckt was holen wir den jetzt alter geht nicht nee nee lass mich lass mich snake lass mich bitte bitte und verräg wir sind jetzt schon 5000 punkte groß und noch nicht im scoreboard das kann doch jetzt ernsthaft nicht wahr sein so halte ich muss mich gerade zur ohre konzentrieren weil ich gerade so groß bin wie schon gesagt abonniert dennis time es wird mich und ihn sowas von freuen dass ihr ihn unterstützen könnt mit einem abo also wenn das jetzt so ein paar leute sehen so ein paar 40 leute und jeder von euch abonniert ist das schon so richtig cool und ich will halt dass er seine 100 abonnenten erreicht das ist halt auch so ich unterstütze ihn auch bei der sache weil ich seine videos echt cool finde und gebe ihm einen daumen nach oben ja weil ich es einfach gut finde dass ich ihn unterstützen kann er hat jetzt glaube ich schon so 56 abonnenten bald seine 60 abonnenten denke ich aber halt auch bald seine 100 abonnenten bedeutet ja ich blende den namen jetzt nochmal ein ja falls man es nicht schreiben also falls die meisten nicht wissen wie man es schreibt obwohl er auch in der video beschreibung verlinkt ist naja ja wir sind jetzt schon so 7000 dinger groß kann man sich auch mal gönnen ja ist halt so man gönnt sich ja nicht allzu viel wenn der jetzt kommt der will mich raten was ist mit ihm den rat ich gleich schau und so seht ihr das sind die besten taktiken ins lille jo wie man leute raten kann alter nie bin ich dumm und falls ihr wollt dass ich irgend so ein tutorial wieder machen soll schreibt sie in die kommentare aber dann müsst ihr auch schreiben in die kommentare welches tutorial also zum beispiel keine ahnung von irgend irgend von irgendwas ein tutorial ihr müsst einfach in die kommentare schreiben und ich mach das für euch weil mir macht youtube richtig spaß und mich freut es halt auch wenn ich meine community so ein bisschen unterstützen kann mit tutorials halt nur so ein bisschen und wir sind schon wieder gestorben nein mit 500 punkten ja und damit würde ich aber auch sagen was für diesen part let's play slater.do wenn es euch gefallen hat dann schaut bei dennis time vorbei link in der video beschreibung und ich blende das nochmal hier ein zum dritten mal und wir haben den bekommen ja und damit würde ich sagen lasst ein like da und bis bald bis bald bis bald bis bald